natürlich weiß man nicht wo der herkam er war einfach mal da und sonst haben wir nichts gekriegt rumstehen können sie geil fucking panzer so und jetzt hätte ich gern dass mich jemand wiederbelebt dafür dass ich den typ hier aus dem weg geschafft habe macht keiner wie zu erwarten war die gegner nutzen ihre komplette so hit down okay und der hat einfach ins blinde nichts geballert auch eine taktik wenn auch nicht so effektiv was für mich im lauf nicht mal mit der armbrust zu treffen irgendwo schießt ja und wir müssen wieder gegen die sonne kämpfen nicht geile so jungen sind echt so schlecht so schlecht es tut schon weh das war eindeutig ein sniper schuss ich hab den feindlichen soldaten in eurem gebiet gesicht in ober ich hab den feindlichen indier schützen in eurem bereich gesicht in ober fack die henne so weit ist es gekommen dass ich meine muni verballert habe das ist arm selig einfach nur arm selig ach und ich kann meine ass wahl nicht aufleveln naja muss nehmen was man kriegt ne links von mir ist ein panzer ok ich wurde von der p90 getötet der typ ist ausgestiegen und hat mich getötet what the fuck ey rennen wir einfach mal rein ich habe keine ahnung was hier los ist ok e gehört uns noch die dinger sind mir ein dorn im auge bitte bemerkt mich nicht bitte bemerkt mich nicht was ist an dem hängen geblieben normalerweise fallen die dinge doch sofort runter wenn er sich bewegt die spiele mechanik hat tatsächlich mal funktioniert muss ich jetzt klatschen oder heulen ich bin die 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 Ich will die volle Zahl an den Punkt bekommen. Was zur Hölle machen die mit ihren Motorrädern? Rückzug. What? Schallgedämpfte P90. Die konzentrieren sich alle auf A. Wirklich alle. Und warum funktioniert das Anklicken nicht? Die Schallschule ist ein feindlicher Soldat. Weiß mit äußerst er vor sich. Weiß mit äußerst er vor sich. Umdruck. Im Einsatzgebiet ist ein feindlicher Panzer. Weiß mit äußerst er vor sich. Find hier die Munition. Okay. Mal eiskalten Roadkill gemacht. Das war dadurch die Hälfte meiner Lebenspunkte verloren. Aber... Nice. Was ist ein feindlicher Schallschule? 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 Ich habe da nicht gesehen! Der war nicht da! Nein. jetzt schmeckt meine schallgedämpfte ladung scheiße ich war bei 70 sehr schön wenn ich bei dir jetzt das kit wechsel bist du nicht mehr schnell genug da also haben die anderen waffen die ich da hatte mehr woms 38 schaden habe ich dem einen nur gemacht wir kämpfen auch schallgedämpft oh junge pass auf pass auf pass auf was ich kann auch im b ich brauche aber zum umfallen ja natürlich ist der entfernung mit einer ungewandten waffen wie der qbc klar selbstverständlich haben wir verständnis für drei leute gebraucht bis im staun hatten jetzt bitte einen besseren sparenplatz alter ist klar warum die das nicht einnehmen das ist unlimited spawn camping können erwarten bis leute sparen und dann einfach töten nach lust und laune und dann warum kommt die fronten Kann mir einer erklären, wie die da von hinten gekommen sind? AC und E haben wir. Achtung! Ein feindlicher Leichtpanzer auf einem Feindleicht ein Gebiet des Fahrzeugs. Wir befinden äußerster Vorsicht weiter fort. Over. Sportfunktion geht an. Ja, erst wurde da gar nichts und dann durch Wände durch. Ein feindlicher Leichtpanzer! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was machen die mit dem verdammten Dingensgelöte hinter uns? Okay, jetzt reden sie schon hin. Den schnapp ich mir. Das Einsatzziel wurde neutralisiert. Allein kann ich hier nicht viel ausrichten. Und jetzt reden sie schon hin. Also, wir haben das Einsatzziel erobert. Okay. 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 Sorry, dass ich so wenig rede, aber ich konzentriere mich gerade hammerhart. Okay. 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 Ich sage mich mal hace. Und dafür schnauchen. Habe 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 Habe